Die Wollnys aussteigen Kalanta Wollny hat erstmals in einem Livestream Fragen beantwortet und dabei geheime Details ausgeplaudert. Lange war es still um Kalanta Wollny. Mittlerweile ist klar, woran das lag. Die 24-Jährige und ihr Lebensgefährte Mäßen lebten zuletzt, nach eigenen Angaben, auf der Straße. Punkt. Ich bin mit meinem Freund zur Caritas gegangen und habe um Hilfe gebeten, weil wir obdachlos waren, so Kalanta jetzt noch einmal in einem Instagram-Livestream am Nachmittag des 19. September 2024. Mit Hilfe von Spenden, die sie über einen Aufruf auf der Social-Media-Plattform gesammelt hat, ist das Paar nun in einem Hostel ein neues Untergekommen. Punkt. Die Unterkunft soll laut Kalantas Angaben zwischen 50 und 75 Euro die Nacht kosten. Sozial Hilfe Anträge beim Amt seien gestellt. Punkt. Dass sich die einstige Reality-TV-Darstellerin nun zu einem Livestream entschieden hat, liegt vor allem an der Hilfe aus ihrer Online-Community. Punkt. Als Dankeschön für die Spenden ihrer Fans hatte Kalanta nämlich versprochen, ihr Gesicht zu zeigen und sich offen und ehrlich den Fragen ihrer Anhänger, innen zu stellen. Punkt. Das hat sie nun wahrgemacht. Dabei sprach sie nicht nur über das weiterhin angespannte Verhältnis zu ihrer Familie, sondern plauderte auch ein paar Details über Mutter Silvia, Tochter Kalanta oder die Geschwister aus. Kalanta wolle nie im Livestream, ich bereue, dass ich meiner Mutter das Sorgerecht gegeben habe. Einige Fragen musste sie dabei aber auch unbeantwortet lassen, denn über manches wollte sie nicht sprechen, über anderes hatte sie einfach keine Insider-Informationen. Punkt. Zuletzterer Kategorie zählte zum Beispiel, wie es ihren Schwestern gelungen sei, so schnell so viel Gewicht zu verlieren. Punkt. Ich weiß nicht, wie alle so viel abgenommen haben, aber ne OP hätten sicher alle mitbekommen, mutmaßte sie am Donnerstag. Was sie sehr wohl beantwortete, waren einige Fragen zu ihrer Tochter Katalea Wollny. Punkt. Die Adoption ihres Kindes durch die Mutter bewertet sie heute als Fehler. Ich bereue schon, dass ich meiner Mutter das Sorgerecht gegeben habe, für Sorgepflicht hätten gereicht. Punkt. Diese Maßnahme hätte nämlich gereicht, um Silvia Wollny zu ermöglichen, mit Püppi zum Arzt zu gehen oder mit ihr in die Türkei zu reisen. Punkt. Damit scheint die eigentliche Mutter des Kindes mittlerweile aber ihren Frieden gemacht zu haben, ich werde meine Tochter nicht aus den Lebensumständen herausholen, in denen sie gerade ist, weil das nicht gut ist fürs Kind. Punkt. Wann haben sich Loredana Wollny und Servet wirklich kennengelernt? Besonders spannend wurde Kalanta Wollnys Livestream allerdings, als sie nach ihrer Meinung zu Servet und Ali, den Lebensgefährten ihrer Schwestern Loredana und Estefania, gefragt wurde. Punkt. Zu Servet und Ali habe ich nichts zu sagen, die habe ich vielleicht einmal gesehen, als ich 16 oder so war. Punkt. Nanu, das wäre ja Vorsage und schreibe 8 Jahren gewesen. Laut offiziellen Angaben ist die 20-jährige Loredana Wollny allerdings erst seit 2021 mit ihrem 25-jährigen Freund Servet zusammen. Punkt. Kennt Loredana Servet etwa schon, seit sie 12 ist? Laut Kalanta Wollny ja. Ich kannte Servet schon, weil meine Schwestern den Jahr vorher kennengelernt haben in der Bar, gab diesen nun im Livestream an.